Einen Moment, okay. Ja, das mit dem Intro hat nicht ganz geklappt. Aber, keine Sorge, wir haben es ins Spiel geschafft. Das ist schon fast ein Stück weit wichtiger. Und schaut euch das jetzt bitte an. Ihr müsst bedenken, das hier, das sind nicht nur Diamanten. Das sind Challenger. Hier haben wir ein paar Diamanten. Hier haben wir ein paar Palatinspieler. Ein Goldspieler ist noch dabei. Bedenkt aber, das ist die letzte Saison gewesen. Und das sagt halt quasi wenig über die aktuelle aus. Aber wir haben hier wirklich mit Infact, würde sie jetzt einfach mal abkürzungstechnisch wählen. Ein Team am Start, was halt unglaublich eingespielt ist. Und uns hoffentlich eine Show bietet, wo wir denken, boah, so will ich auch League of Legends spielen können. Und ich hoffe aber auch, dass hier King of the Yordles einfach auch präsentieren oder zeigen, was sie denn drauf haben. Denn als, ich will mal sagen, als Team, was sich mehr oder weniger spontan gefunden hat, ich denke nicht, dass die Leute im super, super Überkinger Pro-Bereich sind. Sie sind gute Spieler, keine Frage. Aber das ist halt schon hier unten sehr bedrohlich. Trotzdem bin ich immer derjenige, der dem Underdog ein Stück weit auf die Schulter klopft und hofft, ihr schafft das. Ihr könnt euch auf jeden Fall gegen jeden behaupten, wenn ihr zusammenhaltet. Klang jetzt ein bisschen abgedroschen, aber so denkt mein Herz und auch mein Kopf. Und dieser Kopf wird jetzt eine Flüssigkeit zu sich nehmen. Absolut fantastisch. Ich glaube, ich muss mir nachher Eiswürfel holen. Denn ich habe bemerkt, dass dieser Raum so unglaublich erhitzt ist. Und ihr habt Glück, dass durch einen Stream kein Geruch übertragen wird. So, ich werde jetzt hier auf jeden Fall mal die Champions noch so ein Stück weit verteilen. Wo ist denn hier der EP? Okay, ja, da ist er. Top-Lane-Jungler. Alles klar, alles wurde zurechtgelegt. Die Regiekamera tut, was sie am besten tut und am besten kann. Oh Gott, soll das Wort tun nicht so oft sagen. Wir sehen schon, dass sich so ein Stück weit verteilt wird. Man geht diesmal nicht als geballter Haufen invaden oder ähnliches, sondern versucht möglichst viele Eingänge zu bewachen, um zu sehen, okay, wo ist denn der Invade und reagiert dann drauf. Rumble ist hier ein Stück weit in Gefahr. Der Grab ist noch nicht rausgekommen. Komm jetzt, kam er raus. Hat vielleicht nicht gekauft, dass man da noch ihn vielleicht erwischen kann. Hat nicht geklappt und ihr seht schon, wie viel Mana ganz einfach dieser Spell drained. Das heißt, er muss sogar ein bisschen warten, ehe er das benutzen kann. Nicht nur wegen dem Coulon, sondern auch ein bisschen wegen dem Mana. Beziehungsweise hier haut es ja noch genau hin. Mit 240 hat sich wahrscheinlich auch Riot ganz einfach so gedacht. Seine Augen werden platziert, sogar früh mitten im Pinkwort, um da wirklich sicher zu sein. Aber er wurde hier beim Red hingestellt, auch hier auf der Bot-Lane Richtung Geister und in der Nähe des Red Buffs, dass man weiß, okay, wenn hier jemand rausgeht, wird er sofort gesehen. Der Invade wird aber anscheinend durchgezogen. Das heißt, der Red Buff wird hier, denke ich mal, auf die andere Seite gezogen werden. Aber währenddessen macht natürlich Infact einen sehr, sehr ähnlichen Move. Wahrscheinlich ohne den Pull, aber mit einem, ja, mit einem kleineren Invade. Es sieht auch ein bisschen danach aus, als wenn man eine 2 gegen 1 Lane aufbauen wird. Und da bin ich natürlich gespannt. Dieser Fakt wird ganz einfach relativ häufig praktiziert. Man muss da natürlich ein Stück weit geübt drin sein. Es ist nicht einfach, gegen zwei Leute sich zu behaupten. Gerade dann, wenn Alistair einen sehr guten Sohn kann und natürlich die CC ohne Probleme an den Mann bekommt. Und man jetzt natürlich zu dritt gegen einen eventuell fighten kann. Nein, man stiehlt jetzt ganz einfach nur die Buffs. Der Jawan hat ja den Move gemacht, dass er wirklich das Camp gecleared hat. Das gibt einem zwei Möglichkeiten. Natürlich wird dadurch der Red Buff resettet. Aber wenn man weiß, wann man ihn getötet hat, weiß man auch, wann man wieder hin kann, um ihn ganz einfach erneut zu stehlen. Oder vielleicht sogar den Gegner in Bedrängnis zu bringen. Der große Vorteil liegt dann ganz einfach darin, dass man sagen, okay, ich weiß jetzt, wann der Buff wiederkommt. Der Gegner weiß es nicht. Die Sichuan wird jetzt dort sein oder wird wahrscheinlich schon bemerkt haben, okay, unser Red Buff ist weg. Aber wann genau, weiß sie halt nicht. Das heißt, Jawan kommt jetzt hier in die Mitte, kann ja auch den Blitzcrank in die Luft werden. Das heißt, wir haben eine 2 gegen 1-Supplen. Aber ihr seht schon, wie viel Damage er macht. Muss jetzt das sogar das Exhaust-Verbrauchung. Hat aber noch das Flash am Schott. Wird das wahrscheinlich... Okay, wird nur flashen. Ein Grab wäre natürlich jetzt sehr, sehr auffällig gewesen. Wir sind hier nicht im Bronze-Bereich, sondern im Challenger. Das heißt, damit wurde, denke ich, gerechnet. Wir haben aber die 2 gegen 1-Midlane. Das bedeutet, hier wird noch ein Stück weit geswept. Das heißt, Oriana wird sich gegen Malfight behaupten müssen. Da bin ich auch gespannt, wie das Ganze für sie verlaufen wird. Denn das Problem ist ja, dass der EP-Champion einen sehr, sehr weiten Heimweg hat. Man ist jetzt in der Mitte... Jetzt wird er nochmal hochgeworfen und nochmal ins technische Team reingeworfen. Und Blitzfreak verabschiedet. Das bedeutet First Blood für den Jabba, beziehungsweise für Infact. Das war gut gemacht, dass halt wirklich Alistar da sofort zur Stelle, wo er ihn hochgeworfen hat. Und dann natürlich entsprechend auch Distanz überwunden. Der Supporter ist damit schon mal down. Kann gut Damage anrichten. Oriana kann sich hier auch ebenfalls noch gut behaupten. Muss natürlich schauen, wie es mit ihrem Mana-Haushalt aussieht. Hat hier noch die ein oder anderen Pots dabei. Hat sich nicht für die Flask entschieden, wie es einige tun. Ich denke, sie weiß, was sie hier macht. Wir klären mittlerweile die 2 gegen 1 Situation. Blitzcrank wird, denke ich, bald zurück sein. Ist auch schon Level 2. Das heißt, seine klassische Kompo aus dem Grab und dem Hochwerfen ist definitiv am Start. Auch Oriana versucht ja mit ihrem Ball so gut wie es geht zu farmen. Denn Marfait scheint jetzt erstmal hier etwas stärker pushen zu wollen. Auch Marfait hier in der Lage natürlich mit seinem Q zu farmen. Auch durch eine relativ oder mit einer relativ großen Distanz ist natürlich wichtig für ihn. Aber es dreht das Mana bis zur Verzweiflung. Das heißt, da muss man schauen, wie oft man diesen Spell da verwenden kann. Gerade dann, wenn man ihn hochskaliert. Rumble hier kann sich ganz gut gegen Cannon behaupten. Beide haben nicht das Problem, dass ihn irgendwie das Mana ausgibt. Nur Cannon muss halt schauen, dass er mit seinem Charge, würde ich mal sagen, mit seiner Beschleunigung in der Lage ist, jemanden zu treffen, weil er dadurch ein Stück weit Energie wieder herstellt. Aber Cannon wurde diesbezüglich auch geändert, dass seine Ulti keine Energie mehr kostet. Somit ist das auch kein Problem, falls er da keinen direkt erwischen sollte. Zuvor war es, also vor den Patchänderungen bezogen auf ihn selbst, war das unglaublich wichtig, dass er dazu in der Lage ist. Marfait skaliert hier auch sein W. Mit ein Stück weit Damage und Rüstung dazu bekommen, das wird Lasted wichtig. Außerdem neigt man dazu, eher zu pushen. Und das ist ja zur Zeit seine Strategie, dass er den Gegner an den Tower zwingt. Die Mittel sind hier relativ gediegen. Das heißt, Alistar kann natürlich hier bei Bedarf hochheilen. Die Mana-Kosten sind zu Beginn vergleichsweise gering. Und außerdem hat man ja hier noch die Dorans-Klinge, damit hier auch mit jedem Auto-Attack ein kleiner hier entsteht. Oriana trautsch jetzt ziemlich weit nach vorne. Will natürlich die Lasted bekommen, weiß aber wahrscheinlich, ich werde wahrscheinlich nicht gegen den Marfait so schnell stehen. Der schöner Grab hat aber natürlich den Alistar gewählt. Das heißt, alle werden sofort hochgeworfen. Trotzdem ist der Schaden hier vergleichsweise hoch. Das bedeutet, mit Bedarf kann man hier noch den Kill bekommen. Und Tristana mit ihrer hohen Reichweite hat das noch geschafft. Guter Grab von Blitzcrank konnte natürlich, da sie es hier an den Mann bringen. Wurde zwar selber hochgeworfen, weshalb man auch oft den Alistar sozusagen als Counter von Blitzcrank bezeichnet. Hier hat das überhaupt nicht funktioniert. Gerade der Jungler hatte natürlich die Procs an den Mann gekriegt. Hier den Grab kurz verfehlt. Ist aber nicht schlimm. Jarman bereitet sich jetzt hier auf den Top-Ling-Gang vor. Zack! Schön die Standarte noch getroffen. Der Spitter natürlich hinterher. Hat den zweiten Slowlighter nicht gepocht. Aber ich denke, die Auto-Attacks machen es noch. Ui, das war sehr, sehr knapp. Man hat aber das Ignite trotzdem gut berechnet. Zumal er jetzt gerade ohnehin seine Ulti hat. Das bedeutet, er hätte auch noch aufs große Distanz seine Raketen runterdonnern können. Und auch der leichteste Treffer hätte da zum Tod geführt. Das bedeutet, Infake macht jetzt seine Sache gut. Die Ulti nochmal zum Unterbrechen anscheinend des Rückports. Das hat mich jetzt irritiert. Bin mir sicher, ob das ein Mistling war. Aber ich denke, die Leute werden schon wissen, was da ihre Strategie ist. Jarman noch nicht Level 6. Kann also nicht reinjumpen. Wird sich da, denke ich, zurückziehen. Eventuell noch ein anderes Minion Cap anvisieren, um ganz einfach das Level aufzusteigen. Maufheit wird sich zurückziehen. Hat hier ganz schön viele Health-Pots am Start. Wahrscheinlich mit größerem Harass gerechnet. Das heißt, ihm ist eher das Mana ausgegangen. Bordet sich nun auf der Bot Lane zurück. Mitteln versucht natürlich dann entsprechend in aller Ruhe zu farmen. Wir können jetzt mal vielleicht in den Farmen so ein bisschen drehen. Beziehungsweise eigentlich können wir das hier, was die Skalierung angeht, noch so lassen. Beide Level 5 können sich also noch relativ gut prüge. Wobei man sagen muss, dass sie halt hier mit dem Leben skaliert. Und da das, denke ich, ganz gut macht. Sie richten halt beide identischen Schaden. Jetzt ist ja die Frage, wie entfernt man noch hier weiter entwenden kann. Der Red Buff ist quasi das Ziel. Man sieht schon, mit der Standarte gibt man nicht nur Vision, sondern beginnen natürlich das Ganze ein Stück weit zu pullen. Hier zwei Warts am Start. Das heißt, hier kann man schon den ersten kleineren Fight sehen. Hier muss natürlich der Ezreal aufpassen, dass er nicht zu nah rangeht. Jetzt die Ulti von Maufheit hat lediglich den Jarvan erwischt. Alistar ein bisschen hier ohne Mana. Das heißt ohne Mana auch keine Fähigkeit. Tristana kriegt hier ein bisschen Schaden ab, schafft es aber trotzdem noch überleben. Beide Teams halt mittlerweile relativ low, beziehungsweise nur Jarvan und Alistar auf Seiten von Impact. Und das Team von King of the Jordals wird sich zurückziehen müssen. Okay, das war gerade sehr gruselig. Ich dachte, was redet denn hier? Aber es ist die Oriana. Das tut mir leid. Jetzt wurde ich ein bisschen geschockt. Ich dachte zuerst, dass etwas mit meinem Stream nicht gestimmt hat. Jetzt bin ich wieder voll konzentriert da. Fakt ist auf jeden Fall, dass Impact hier eine gute Sache gemacht hat. Haben sich sehr lange behaupten können in dem Fight. Darunter hätte ich gedacht, dass so viel Schaden ausgedrückt wird. Aber ich muss auch ehrlich sein, die Maufheit-Ulti hat halt nur den Jarvan getroffen. Es ist immer schwierig, diesen schlüpfrigen Ezreal da mit rein zu kriegen, weil er sich ganz einfach gut bewegen kann. Zumal er noch über Flash und die Barriere verfügt. Fahrtechnisch sieht es auch so aus, als ob die Top-Lane und die Bot-Lane outfirm wird. Das bedeutet, die klassische Lane in dem Sinne. Canon hat da große Probleme. Hat sich auch nicht für die Dorans-Klinge entschieden. Wird jetzt hier auch ganz schön vertrieben von den Rumble. Er selber hat noch keinen Ulti. Ich weiß nicht, ob er jetzt aus großer Entfernung noch runter donnern wird. Ja, er macht es. Die Frage ist, hat er den getroffen? Nein, er wollte lediglich den Weg abscheinen. Beziehungsweise hat er... Nein, er hat nicht geflasht. Schade, Popade hat sich natürlich selber gesilenced. Das heißt, er konnte die Ulti nicht direkt auf ihn landen. Hätte natürlich zum Kill geführt. Wichtig ist aber, dass man ohne den... Also, oder zu Beginn zumindest ohne den Ulti-Einsatz den Gegner vertreiben konnte. Und dadurch natürlich auch in gewisser Weise sein Gebiet, würde ich mal sagen, markiert. Auch hier seht ihr, wie gut er ganz einfach mit dem Rumble spielt. Traut sich jetzt auch hier unter Dauer. Muss aber aufpassen, dass er von der CC nicht zu sehr überrannt wird. Er hat jetzt auch leider seine Harpune verfehlt. Das heißt, Canon kommt dazu. Ein kleiner Overkill durch die Ulti. Trotzdem will man natürlich, dass der Verbündete lebt und der Gegner stirbt. Ärgerlich war das natürlich für den Rumble. Aber gut für unsere King of the Yordles, dass sie da ein Stück weit zurückkommen. Der Geldvorteil ist relativ verhalten. Das bedeutet mit 700, beziehungsweise vor uns war es ganz kurz, 600 Gold ist das natürlich ein minimalistischer Unterschied. Wir werden auf jeden Fall sehen, wie das Spiel weiter verläuft. Man muss dazu sagen, dass halt im Pro-Bereich ganz einfach die Spiele etwas verhaltener sind. Blitzkrieg wird hier wieder hochgeworfen um die Jarvan Ultime. Der Herr, das ist natürlich ein Burstdammish, mit dem man definitiv rechnen muss. Ezreal hat hier noch den Assist bekommen. Der Alistair leider gar nicht. Hat sich im Werde weniger nicht beteiligt. Hätte vielleicht noch einmal den Heal procken können. Der wird dann ein Stück weit Geld bekommen. Wobei man auch sagen muss, dass dadurch derjenige, also der Assist-Tragende, in dem Fall der Ezreal, ja den Vorteil hat, dass er ein bisschen mehr Geld vormistet bekommt. Schöne Kombo mit der Kopfnuss und dem Hochwerfen. Das hat gut geklappt. Müssen wir schauen, wie man jetzt von der ganzen Sache profitieren kann. Denn es sieht so aus, als ob der Ezreal stark auf den Farm fokussiert. Es hat sich auch nicht für das Blubels entschieden, sondern hier das Bildgeworfen. Oh, das war sehr, sehr schade. Der Sprung wurde quasi noch ein Stück weit verlängert. Hätte er ihn jetzt hochgeworfen, wäre, denke ich, Tristana dahin geschieden. Denn man muss überdenken, dass das Q von Ezreal schon ordentlich Damage macht. Hier knapp über 200. Da muss man aufpassen mit seinem Lebensbalken. Ich werde dann ganz kurz schauen, ob er irgendwelche Durchstringen umstattet. Na ja, er hat nur die leichte Penetration dabei. Wird auch hier die Lane nicht verlassen. Will er noch ein Stück weit weiter fahren. Das ist auch immer die Frage, wann man geht, wann man bleibt. Auf der Linie will er natürlich nichts verpassen. Und gerade die Midlane mit zwei Champions neigt dazu, sehr schnell zur Trümmer zu werden. Und den Tower will man natürlich möglichst behalten, weil die Midlane am meisten Druck ausübt. Denn die Minions sind da am schnellsten vor Ort, beziehungsweise in der Base. Dragon wird jetzt nun von King of the Yordles gemacht. Eine gute Idee. Man kann ihn hier in dem Sinne nicht contesten. Die Toplane drückt zwar hier ordentlich dagegen. Aber das Team von Infect ist da ganz einfach nicht schnell genug da. Wurde jetzt nur gesmited. Man zieht sich, denke ich, soweit es geht zurück. Wartet noch ein Stück weit. Und dann hat man hier das Geld gesichert. Das heißt, Geldtechnik ist es sehr, sehr ausgeglichen. Vom Farmer sind noch einige Unterschiede zu erkennen. Das muss man ganz einfach sagen. Speziell Maufeld ist noch ein Stück weit behind. Genau wie Cannon. Aber dieser wird auch gnadenlos vertrieben. Schaut euch bitte den Spitter-Damage von dem Rumble an. Er wurde ja auch ein Stück weit genervt. Das bedeutet, das Spitter-Damage ist jetzt um einiges geringer Ulti. Jetzt nicht perfekt platziert. Aber sah auch natürlich so aus. Aber mehr Farmer wollte es. Joani kommt jetzt hier in Bedrängnis. Jetzt die Ulti am Start. Sie kann natürlich sich mit ihrer eigenen Ulti hier. Das bedeutet, durchstehende Unschlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht, würde ich sagen. Sehr gut gemacht von der Oriana. Ich habe sie ja immer geflamed. Sowas dummes. Das wollte ich natürlich nicht. Tower stirbt jetzt hier auf der Toplane. Und Cannon kriegt halt hier ordentlich ins Gesicht von dem Rumble. Der macht das sehr, sehr gut. Konnte die ganze Ulti überleben. Und jetzt regnet es mehr oder weniger. Kills für Infect. Sie zeigen wirklich, dass sie gut spielen können. Auch Jaman unten, wie gesagt, bei Sichuani gut reagiert. Dass er da den Kill noch abstaunen kommt. Jetzt kommt er hier noch dazu. Kann wieder CC an den Mann bringen. Tristana war gezwungen zu flächen. Versucht natürlich hier, soweit es geht, den Tower zu halten. Jetzt kommt der Teleport von Marfa. Jetzt wird er noch Ulti machen. Aber leider nur auf den Alistar. Die Frage ist, kann man hier ihn noch? Natürlich denke ich noch ein Auto. Das reicht auf jeden Fall dazu. Aber zu welchen Kosten? Tristana hat sich verabschiedet. Und das auch noch durch den SÖ, der ja von dem Geld enorm profitiert. Marfa selber hat hier nicht das nötige Mana, um irgendwie noch den Tower halten zu können. Sichuani versucht dazuzukommen. Hat aber nicht die Ulti. Das bedeutet, da kann man wirklich nicht viel reißen. In fact gar ganz einfach sehr, sehr konsequent, beziehungsweise reagieren halt sehr gut. Die Aktion mit Oriana, die ich einfach als schlecht beschimpft habe, wo ich das Gegenteil meinte. Wobei ich wirklich stark gemacht habe, dass man noch den Ball auf der Gegend bekommen hat. Und natürlich dann entsprechend ihn mit der Ulti zurückwirft. Auf jeden Fall sehr, sehr schöne Aktion bisher. Wow, ich kann ping anscheinend. Witzig. Kenner muss natürlich aufpassen. Er versucht jetzt so schnell wie möglich auf seinen Höllenslap zu gehen, damit er ein Stück weit mehr Magieresistenz hat. Wir sehen schon, dass Rumble halt auf die volle Durchdrehung geht. Mittlerweile ist er bei 29 mit den 8%, die natürlich ein Stück weit vorher berechnet werden. Das heißt, er kommt hier trotzdem auf einen sehr, sehr angenehmen Wert. Und sein Grundschaden ist ganz einfach durch den Spitter richtig, richtig hoch. Und da muss man sich halt voll nachnehmen. Gerade mit der Maske kann er da natürlich noch ein bisschen Damage Overtime auf den Gegner schmeißen. Er wird jetzt hier versuchen, den Blue Buff so ein bisschen zu stören. Gutes Wortplacement bezüglich des Blitzcranks. Ja, man kommt hier aber dazu und kriegt ihn sogar noch. Nicht schlecht gemacht. Jetzt kommt der Teleport von Oriana. Die Frage ist, der Ball ist leider langsamer als sie. Damacia ist hier definitiv am Startflecht hier raus. Auch die Rumble-Ulti wird hier so weit platziert, dass man versucht hier den Weg abzuschneiden. Und ich denke, Cannon wird sich hier gleich verabschieden. Am Ende doch noch. Jetzt natürlich die Frage, ob hier auch die Sijuani bekommen werden kann. Die Japonen sitzen bis jetzt ganz gut. Muss er das vielleicht verbrauchen. Jaman kommt sogar noch hinterher. Kann auch den Slowbrocken. Das heißt, das Schwein wird hier ein Stück weit verbrannt. Und dann auch noch von der Oriana. Oh, wow. In fact, ist hier wirklich nicht schlecht. Also sie legen hier wirklich ein sehr, sehr hohes Maß an. Sind auch das Challenger-Team hier bei diesem Turnier. Und da muss man natürlich gut gegenhalten. Die King of the Yrge versucht sich da natürlich ein Stück weit zu behaupten. Wir sind jetzt ja schon beim Turnier relativ weit fortgeschritten. Und da begegnen nun einmal die Gegner, die ja einfach hier ein Stück weit viel Erfahrung mitbringen. Deswegen Marfite muss sich hier zurückziehen. Muss aufpassen, dass er nicht zu viel Damage abbekommt. Denn dieser Tower wird definitiv fallen. Die Frage ist, wird man sogar noch den zweiten Tower... Nein, man wird hier nur den Ward platzieren und sich dann ein Stück weit zurückziehen. Wenn wir nochmal auf die Geldbeträge schauen, werden wir feststellen, dass hier schon einiges angesammelt wurde. Das heißt, einkaufen macht hier definitiv Spaß. Oriana muss hier ein Stück weit fliegen. Man kann natürlich den Speed-Buff ausnutzen, um da wirklich wegzukommen. Jetzt hier noch ein bisschen tanzen. Red-Buff erneut an Jarvan. Der ED-Carry benötigt es noch nicht. Ezreal selbst weht auch noch nicht das Blue-Bild. Sondern er geht wirklich auf den Damage, beziehungsweise so auf Semi-Damage. Blade of the Ruined King hat ja auch ein Stück weit Utility, wenn man den Gegner slown kann. Und damit auch ein Stück weit Damage am Gegner anrichtet. Das Tana versucht hier noch weiter zu formen. Sie ist Level 9 natürlich mit dem ED-Carry. Kann sie dann noch mithalten. Aber das Problem ist halt, dass die Top-Lane und die Mitteln gibt es ja nicht. Also quasi die Oriana auch schon Level 11. Oh, jetzt wurde sie gegrappt. Wurde sogar noch hochgeworfen. Die Frage ist, könnte man sie noch mit dem Ignite erledigen? Sieht nicht so aus. Das Schwein wurde nochmal nach vorne gedrückt. Shutdown durch die Tristana. Das heißt, sie kriegt sofort den Reset. Kann da zurück. Jetzt kommt hier die Ulti von den Rumble rein. Cannon verabschiedet sich sofort. Rumble versucht hier natürlich noch die Stats von seiner Harpune drauf zu kriegen. Zack. Noch ein Kill-Goal. Der versucht hier noch weiter zu geben. Ich denke, Blitzcrank wird hier noch entkommen. Schöner engaged durch die Blitzcrank-Ulti. Aber Infaker hat wieder gut reagiert. Alle waren sofort vor Ort. Und auch die Ultis haben dann entsprechend gesessen. Java hat seine noch zur Verfügung. Kann also auf jeden Fall noch entweder einen Flash provozieren. Beziehungsweise auch entsprechenden Burst-Damage anrichten. Ziel wird definitiv sein, jetzt erstmal den Midlane Tower einzureichen. Die Minions werden dabei kein großes Hindernis sein. Und ich denke, Rumble wird sich darum ein Stück weit kümmern. Beziehungsweise auch Java ein bisschen schwer. Der ja quasi sich durch Minions durchschmilzt. Wow. Die Sprüche von Oriana sind einfach nur gruselig. Zumindest klang das nicht so, dass es wieder sie war. Aber das bedeutet, die King of the Rings müssen sich jetzt natürlich jetzt stark konzentrieren. Sie haben gut gegenhalten können. Jetzt wird es ein bisschen problematisch. Vor allen Dingen killtechnisch sind sie da ein Stück weit zurückgefallen. Vom Farm her versuchen sie aufzuholen. Die Midlane, also die... Ich werde jetzt einfach lieber nicht die Lanes bezeichnen, sondern die Rollen. Also die Carries haben da einen sehr sehr identischen Form. Wenn ich mir aber die EP-Caster angucke, werde ich natürlich feststellen, dass Cannon da ein Stück weit behind ist. Beziehungsweise quasi nur die Hälfte an Java. Man kann hier engagen. Sehr, sehr tanky. Der hätte niemanden getroffen. Trotzdem sind... Oh, das ist eigentlich schon die Kombination mit der Oriana-Ulti. Ist natürlich grausam. Alle jetzt sehr sehr low. Der konstante Schaden von Rumble teilt hier natürlich ordentlich aus. Denken das Schwein wird hier nicht mehr überleben. Auch gute Ulti von Rumble, dass er hier den Weg von dem Morphite abschneiden konnte. Lediglich die Tristana konnte mit ihrem Jump noch überleben. Dann wird natürlich der Dragon gefokust. Klar, wenn man die Hälfte des Teams zerstört. Rumble kommt hier sogar noch mit ihm. Vielleicht wird hier ein Stück weit zurückgeschossen. Aber die Felswand hat ihn aufgehalten und er verbrennt hier noch durch das Ignite. Es hätte natürlich sein können, dass es ihn durch die Wand haut. Aber es hat nicht geklappt. Also wenn der Range Indikator sagt, hier bis hierhin kommst du nicht, wird man quasi auf der Seite aufgehalten. Und das hat somit den Escape Spell ein bisschen negiert. Cannon leider noch nicht Level 11. Muss natürlich schauen, dass er seine Ulti auf die nächste Stufe bekommt, um so ein bisschen noch aktiver in dem Sinne zu sein. Sein Inhibitor wird jetzt fallen. Infekt macht das hier gut nutzen. Auch definitiv ihren Level-Vorteil aus. Ziehen sich nur zurück. Ein Engage wäre jetzt trotzdem nicht ratsam. Und Infekt kann sich definitiv behaupten. Zwar ist es so, dass die Sichuanie, also das Shrine, wie ich sie zuvor bezeichnet habe, ein Stück weit mehr Farm als Javan hat. Aber er selber hat ja so eine gute Jungle-Präsenz bisher gezeigt, dass er halt viel durch die Kills und durch die Assists ganz einfach rausführt. Siehst schon, die Geldunterschiede sind vergleichsweise groß. Trotzdem ist ja nichts entschieden. King of the Yordles müssen halt so ein Stück weit mit Glutescrank arbeiten. Das ist ja wirklich wichtige Ziele rausnehmen. Ich denke, der Alistair wird dir noch nicht entkommen. Guter Grab hat den Flash abgeworfen. Kurz Positionen getauscht. Und nun hat man die Möglichkeit, den Dragon, den Baron meine ich so ein Stück weit anzufangen. Muss natürlich aufpassen, wirklich der Supporter fehlt. Und die Oriana pusht da weiter die Bot-Lane weiter. Teleport nun an diesen War. Das heißt, hier kann man unerwartet noch hinzukommen. Alle sind relativ low, was natürlich für Oriana unglaublich attraktiv ist. Die Frage ist, wie lange wird hier Rumble überleben, wenn er diese Position halten kann? Kann natürlich... Oh, Oriana kommt nicht so. Das könnte natürlich ein tödlicher Grab gewesen sein, wenn sie da entsprechend noch Schaden aussagen kann. Zack, Supporter verabschiedet sich. Jetzt hat die Frage... Oh, gut gemacht! Man konnte sich von der Ulti quasi retten, indem er sie weggestoßen hat. Nun kommt aber der Rest des Teams dazu. Zack, auch die Barriere bringt nichts. Oriana holt noch den Doppelkill. Somit 4 zu 1 getradet. Oriana sehr knapp überlebt. Hätte Rumble hier ein Stück länger gefightet, wäre hier die Ulti reingeschlagen wie eine Atombombe. Und hätte sofort alle ausrottiert. Trotzdem gute Aktion auch von Tristana, dass sie sie wegschießen konnte. Und somit auf jeden Fall den Ulti-Damage von der Oriana entgangen ist. In dessen versucht ja Morphe jetzt so ein bisschen die Bot-Lane zu verteilen. Nein! Man gibt auf. Nicht schlecht gespielt von beiden Seiten. King of the Yordles konnten sie super halten. Meiner Ansicht nach aber jedenfalls einfach ein super krass eingespieltes Team. GG würde ich mal sagen. GG. 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 GG.